ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zum heutigen technischen marktupdate den risikonweis gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollte sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir gehen direkt rüber in die xstation und fangen mal mit der ölsorte wti an der preis respektiert eine wichtige widerstandslinie und zwar ist das ist das niveau bei 71 66 das ist ein ungetestetes zwischenhoch gewesen vor zwei wochen gab es dann aber den bruch in der vorwoche gab es einen wichtigen kampf zwischen bullen und bären und in dieser woche wird diese widerstandslinie respektiert der tageschart zeigt dass dort bereits der preis zum dritten mal in folge abgewiesen wurde das bedeutet der preis ist anfällig für weite rückgänge möglicherweise um nochmals diese unterstützungszone hier unten zwischen 64 und 65 dollar zu testen ein anstieg darüber beziehungsweise ein etablieren oberhalb dieser marke könnte aber zu einer erholung führen und da könnte man dann im bereich der 74 dollar ansetzen konkrete trading ideen dazu gibt es dann übrigens in meinem video von heute morgen den gibt es wie immer unten in der beschreibung gehen wir noch mal über zu den indizes der nasdaq future hat in dieser woche ein neues jahres hoch markiert aber es gibt eben auch wieder einige gewinnabgaben so dass ich das vielleicht auch als fehlausbruch entpuppen könnte der aufwärtstrend ist mittelfristig aber noch intakt und deswegen könnte es die chance geben den abstand auf das august hoch zu verringern der deutsche leitindex tritt in dieser woche auf der stelle ist aber wieder unter die 16.000 punkte marke gerutscht es gibt einen starken widerstand bei 16.063 punkten und hier gibt es eine wichtige unterstützungszone hier gab es viele berührungspunkte in den vergangenen wochen und dieser bereich muss eben halten um die grundlage zu bilden für einen neuen angriff oder ein neues jahres hoch sonst könnte der markt eben hier deutlich stärker abdriften wir gehen noch mal zum euro das währungspaar euro dollar hat die wochengewinne bereits wieder abgegeben und sollte das vor wochentief nicht halten dann könnte es relativ schnell in richtung 107 60 gehen ein wichtiger widerstand wäre dann hier bei 109 42 zu finden das ist eben das ungetestete zwischentief gewesen wo in der vergangenen woche der markt ja letztendlich nach unten durchgebrochen ist gold fällt wiederum unter die psychologische marke von 2000 us dollar testet aber jetzt auch schon wieder eine bekannte unterstützungszone und zwar ist das der bereich zwischen 1981 und 1987 dollar ja auch hier trading ideen gibt es wie gesagt in meinem video abschließend noch einen blick auf den bitcoin hier setzt sich die seitwärtsphase fort und zwar wird die spannende folgendermaßen definiert wichtige unterstützung bei 26.600 mal schauen ob eine erfolgreiche verteidigung möglich ist in dieser woche andererseits werden die gewinne begrenzt durch das niveau von 27.630 dollar also nach unten da können schnell richtung 25.000 gehen und ansonsten wäre das eine möglichkeit das neue jahres hoch auszubrechen als zu ein neues jahres hoch zu erreichen grundlage aber dann dieser nachhaltige bruch um dann einfach wieder aufwärtspotenzial freizusetzen beziehungsweise vertrauen zu schaffen lasst gerne einen daumen da wenn euch das ganze gefallen hat viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal